Wir haben jetzt einen gesunden Baum, der schon angegangen war, wieder ausgebuddelt und haben einen anderen Baum eingepflanzt. Der gesunde Baum war topfit und der wäre jetzt auch in Ordnung gewesen in unseren Augen, weil wir wollten diese S-Kastanier ja haben. Es ist ein großer Baum sozusagen gefällt worden. Und wir wollen natürlich, wenn ökologischer Ausgleich zu erfolgen hat, dass der auch nachhaltig und langfristig erfolgt. Er soll ja auch eine lange ökologische Funktion erfüllen und nicht nach zehn Jahren dann abgängig sein. Und wir wollen die beste, dann muss man die Motivation. Untertitelung. BR 2018